liebe freunde willkommen zurück hier zu storm 4 ja der djinshu rieche des 10 schwänzigen der hokage und hobito ja ja so ein bisschen die unstimmigkeit wie besiegt man ihn was 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 ist das? Was ist das, Sasuke? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Erstens. Das ist das wichtig für mich. Das ist das Problem. Was ist das? Tobi-Ama, Tobi-Ama! 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 Hm. Okay. Wird sehr interessant. Mit mehr als 70%! Alles klar, das hätte ich sowieso nicht schaffen. Herusen, Tobi-Ama, okay. Tobi-Ama! Tobi-Ama! Tobi-Ama, auch Tobi-Ama. Tobi-Ama, Okay! Tobi-Ama, Tobi-Ama, Tobi-Ama. Ah. Tobi-Ama. Tobi-Ama, Tobi-Ama. Ganze, Tobi-Ama. Vorsicht, Tobi-Ama. Tobi-Ama, Tobi-Ama. Sehr gut. Sch심, Zus issues. Im pog developments führen, Jetzt habe ich keine Saps mehr. Alter, aber die Kobo sieht nice aus. Cool. Alter, wie man die Saps klauen kann, ne? Boah, ich habe sogar mehr als 70% Gesundheit. Ah, okay, wartet mal. Stimmt, eine Dings wäre ja 50%. Ah, okay, ja, locker. Alles klar. Jetzt habe ich halt die Geheimtechnik nicht gemacht, aber scheißegal. Das ist das Körper. Aber ich habe noch nicht die Geheimtik. Ich habe noch nicht die Geheimtik. Hm. Hm? Hm? Ah, that's right. That's right. But... That man, he's a bad guy. I've already made the same power of the Shino-bi. I don't know what you're supposed to do now. Obito! You're supposed to be Hoka-ge! Why are you doing this? I don't know. I'm not gonna be too late. You're too late. You're too late. You're too late. My death was Hoka-ge. And I left Hoka-ge. You're too late. I'm not sure if you were to be Hoka-ge. You were too late. What is Hoka-ge like in the end? I don't know about Hoka-ge. I've still had to notice this. I have to find out how the Shino-bi had. If you're too late to see it, you were too late to see it. I've only been able to see it as well. I'm not sure how you're going. Ich bin ungewöhnlich. Ich bin einiger Mann. Ich bin kein Mensch. Ich bin bestimmt nicht bereit. Ich weiß nicht mehr, gegen die Konoha, gegen die Kronoha oder gegen die Untertitelung. Ich bin einiger Mann. Ich weiß nicht, was ich nicht wirklich! Ich weiß nicht, was ich. Geh! Alles klar! Was ist das? Alles klar! Alles klar! Alles klar! Warum? Ich fühle mich mit Kshina zusammen. Okay, das ist der Grab. Alles klar! Oh, scheiße! Ah, verdammt! Okay, jetzt wollte ich eigentlich nur noch ulten, aber das geht jetzt anscheinlich. Was, jetzt kann ich nicht ulten? Aha. Oh, das gibt's nicht. Ja komm, das mit der 70% Gesundheit, das lassen wir jetzt mal. Hä? 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 Woh? Hä? Ja, gut, B natürlich, wegen der Gesundheit halt. Alter aber das ist halt Minardem Awakener, haha. aber das ist voll heftig aber das ist einfach so ein kunai das ist die längste zeit überall hin ich kann mich nicht mehr zurück ich kann mich nicht mehr zurück ich kann mich nicht mehr zurück Was ist das? Das stimmt. Kampf der Vorfahren. Und eine Wunde im Herzen schliessen. Oh. Oh, das geschah, das Spielzeit 30 Minuten ist. Wir verarschen. Madaras Absicht. Wir machen hier noch Kampf der Vorfahren. Mhm. Hm. Ich muss mir noch etwas mehr von dir nehmen. Ey, scheiße. Das tönt, ne? Aber naja. Das hat ja Hakuroma auch im Anime gesagt. Madara war so gierig nach Macht. Ups. Oh, das hat so gut wie gar nichts bewacht. Okay. Luftkombo daneben. Na. Ich glaube, du hast mich es. Ich habe mich. Sa. Kacke, kacke. Alles klar. Sehr schön. Und da wollte er schon tilten. Oh. Ah, sorry, da war ich kurz weg. Ja, hallo. Muss ich halt wieder Assis spielen. So richtig konzentriert. Und dann noch die Bombe nachgeworfen. Geil. Okay. Scheiße. Aber naja. Ei, ei, ei. Wollte ich eigentlich noch mit der Geheimtechnik finishen. Aber... Naja. Ach, halbwegs ewig genießen. Ich weiß nicht, was ich mit mir zu kämpfen ist, was ich nicht zu kämpfen ist. Was ist das, was du? Ja, das stimmt. Ich werde ein wenigstens erzählen. Hashirama. Du bist ein Sinju, oder? Sinju? Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Aber ich habe eine Frau für Sie, die Sie in den Kriegen zu gewinnen. Der Name ist Ootsutsuki Kahn. Das war der ersten Person von Chakra. Und die Kaguya-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn. Daher war es durch das Speicher-Kahn-Kahn. Im Laufe von einer Erein Beine�ungs-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn-Kahn. Ist doch noch nicht so, wie eine Geschichte verstanden ist. Der Moment der Menschen auf die Welt ist, die Menschen mit Kolonierer repariert. Hm. A little bit different. What's that? Hm. It's a matter of talking about everything here. It's one thing to say here. It's a matter of thinking about it. It's a matter of others. It's me. Why? Why did you get that? You're not left on my wish. No one is left. You don't do anything to prove to you. This is your point to itself. For what you'll talk about your future with your dream. I think so. I'm enjoying it. Schön, dass man da noch ein bisschen die Geschichte erklärt hat. Wie es denn genau zum Chakra kam? Nichts. Ich habe einfach nichts erfüllt. Oh mein Gott. Die Zukunft auf dem Spiel. So. Leute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, da kommt dann das Gespräch da zwischen Obito, wo er sich dann irgendwann wandelt. Oder halt umkehrt. Und dann dürfen wir bald erfahren, wie geil in den Acht-Tore-Modus geht. Mal das. Und das andere dann. Ist schon noch krass. Ja gut, aber das hätte ich hier später nochmal sagen. Wegen dem Moken Tsukiomi. Ist schon ziemlich krass. Ja. Wenn es dann soweit ist. Liebe Freunde, dass das gewesen ist. Bis zum nächsten Mal. Schaltet es wieder ein auf dem Kanal der Impact Rider. Nein, scheiße. Nein, wenn es wieder heißt es zum vier. Den zwölften Part. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Impact Rider. Tschüss zusammen.